Herzlich Willkommen zurück hier bei Eastside Gaming. Wir spielen wieder eine Runde Freitag, der 13. und mir fällt gerade das 1. Warte, hast du nicht Rekord gedrückt? Doch, hast ich. Ist dir eingefallen, dass ich der beste Spieler aller Zeiten bin? Und zwar sollte ich hier mal bei Audio Settings Mute Copyrighted Music Yes anmachen. Oh, fällt uns in Folge 8, 9 oder 10 um. Nicht, dass es dann Ärger gibt. Ja, das wollen wir ja nicht, wa? Ne. Das wäre echt uncool. Sonst könnt ihr die schönen Videos nur ohne Ton sehen, das wollen wir ja nicht. Aber unsere schöne Lobby wird langsam leer. Leider, leider. Irgendwie redet auch keiner mehr. Wieder vergessen, alle zu adden. Den Schemladen add ich auf jeden Fall noch. Aber der andere war auch ganz gängig. Heegenshaven. Ich darf heute nicht chasen sein. Puh. So ein Kack. This can't be real. Ich bin beim Auto. Wenn nicht, ich bin eher der Erste, der tot ist. Safe. Ein Hauch von Licks im Riesenhaus. Ich bin so tot. Ich hab geformt auch's Fuse. Schön war's in der Runde mit mir. Ja, was geht bei euch sonst noch so? Ja. Hä? Er geht? Nee, er geht niemand. Er zerstört hier grad einfach alles in dem Haus. Hm. Ich werd' ihn voll ausrasten. Dann ist er dumm. Ist er dumm. So, ich habe den Walkie-Talkie und ich habe den Funk-Box-Fuse. Aber wo ist der Funk? Oh, ich höre, er läuft gerade die Treppe runter. Wie hat denn der mich jetzt gesehen? Moin! Oh, ich geh drauf. Ciao, was schön mit euch. Scheiße, ach Mann! Das ist aber Mist, hier ist nämlich die Sicherung. Dabei ist jetzt hier noch mehr da. Oh! Mach mal den Scheißschränk hier auf. Tja, ich hoffe, er ist jetzt weg. Er ist bei mir. Dann versuche ich dir Bullen zu rufen. Oder erstmal das Ding zu reparieren. Und da ist eine Falle direkt dran. Ja, tot. Schön war's. Ich habe mir geschlagen. Ich habe mir gesandt. Das ist aber nur noch eine Frage der Sekunden. Kommt das Telefon, kriege ich noch wenigstens für die anderen vorbereiten. Ich habe nur nochmal gestunt. Wo ist das Scheiß-Telefon? Hier. Hier. Hoffentlich kriegt er mich nicht vorher. Die Falle Pris. Yes. Oh Mann. Ich schläg mich mehr tot. Schön war's. Tschau. Wie es mich einfach jede Runde erwischt, Alter. Ich glaube, ich habe schon dreimal reingeguckt. Ich glaube, ich habe schon eine Runde aufgenommen. Ja, ok, dann schauen wir hier mal dem professionellen Terrorkill 4 zu, mit seiner geschulterten Waffe, in dem Haus war ich von uns auch, da hat er mich noch nicht umgebracht. Erkennen wir an dem herausgesprungen im Fenster. Dieses hier. Ja genau, da bin ich rausgesprungen, sehr ehrenhaft. Fuck Hoh, ho, ho, ho ho, hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Scheiße Habe ich aber Angst. Ach, das ist Kind. Ähm, ja. Fuck, der Wichser, der Wichser hat mich verarscht. Hallo? Oh, ich bin ja wieder an der beschissensten Stelle überhaupt, Alter. Hilf mir auf dem kleinen Standort. Das kleine Schlampe kann mir jetzt nicht mehr machen. Nein, 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 nein. Ja! Geil, nice. Jeder einmal gepolzt. Ja, rand auf jeden Fall ein bisschen weg. Die eine füllt das blaue Auto. Ich seh nix, aber das ist Dumbo-Brenner. Ja. Very, very geil. Was strappt denn auf dem It's high hinterher, deswegen? Du musst irgendwie zum Auto kommen. Wird es doch mal wieder hell irgendwann? Erstmal lieber hell bist du, glaub ich. Und der eine ist tot. Aber ich bin gut, denn hier oben kommt die Polizei. Scheiße, falsche Rettung. Fuck! Nein! 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 Keiner Move. Einfach eine auf mein Kreis nehmen. All of me. All of me. Nee, nee. Huh. Oh, das schon im Laden hat das Auto verliegt ja gut ab. Oh, ich bin so sore. Holy shit, es hat angefangen. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Alter, wer zerstört die ganze Gatter? Geil, sie hängt im Auto, wie mies. Nein! Ich bin so süß. Ich bin so süß. Nein! Scheiße, Zauern. Was war das jetzt hier für eine Show? War das ein Duell, oder? Mach doch mal die beschaderte Lampe aus, Mann. Oh, jetzt, 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 jetzt. Er meint's ernst. Er ist ein Nid SOS. Hilfe, Hilfe! Da ist die Polizei, helfen Sie mir. Ich bin auf der Flucht. Er stellt sich tot. Ich hab nix gesehen, hab nix gesehen. Nein! So, das zieht er jetzt 8 Minuten durch. Da hab ich mich schon drin. Oh, was habt ihr so gemacht? Klimt er auch. Ja, danke. Na ja. Das war ein weniger guter Erfolg. Boah, ich brauch jetzt ne Pause, Alter. Ejo, das war jetzt erstmal die letzte Folge der Aufmerksamkeit. Ja. Bauen wir uns noch einen, wie der Chase nach Hause geht. Mami. Er geht zur Mami, glaub ich. Wie ich's wusste. Ich adde mal den Gymladen noch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.